Da wir bald mit den Mapguides auf die verschiedenen Strategien auf den einzelnen Maps eingehen, werden wir im heutigen Guide genauer darauf eingehen, wie man als Team überhaupt angreift, was zu beachten ist und wer welche Aufgabe hat. Voraussetzung für einen guten Angriff ist dabei natürlich eine passende Teamzusammenstellung. Im Rollenguide hatte ich das Ganze auch schon mal ausführlich erklärt, weshalb ich hier auch nur auf die Basics eingehe. Jedes Team sollte dabei immer mindestens einen Duelisten, einen Sentinel, einen Initiator und einen Controller mit dabei haben. Der fünfte Spieler hat dabei meistens die freie Wahl, da je nach Map und je nach Meta eine Rolle doppelt gespielt wird. Wichtig im Angriff ist jedoch, dass ihr einen IGL habt, einen In-Game-Leader, der die Richtung vorgibt und das Team zusammenhält. Wenn es keiner macht, dann tragt euch gerne selbst die Rolle auf und versucht euer Team ein wenig zu koordinieren. Beim Angreifen kommt es nämlich nicht nur auf den eigentlichen Push an, bei dem der Controller Heaven Smoked, der Initiator dem Duelisten beim Entryfaker mit einer Flash oder ähnlichem hilft und dieser dann den ersten Kill der Runde macht, damit das Team offside pushen kann, um den Spike zu planten und der Sentinel am Ende dann diesen verteidigt. Es fängt nämlich tatsächlich schon viel früher an, denn je höher ihr im Rank aufsteigt, desto schwieriger werden diese Pushes, ohne vorher Default zu spielen. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist eigentlich Default? Default steht für Standard, bedeutet eine Aufstellung, mit der ihr jede Runde beginnen könnt. Hierbei verteilt ihr euch als Angreifer auf der gesamten Map und haltet erstmal an. Bedeutet, ihr pusht nicht, sondern aimt erstmal die Wege an, von denen der Gegner kommen kann, da man in der Verteidigung auch gerne mal rauspusht bzw. reinpikt. Gleichzeitig wollt ihr euch damit die Entscheidung erleichtern, auf welchen Spot ihr pusht, da ihr versucht während eurem Default sicher herauszufinden, wo welche Gegner spielen und von den Gegnern etwas Utility rauslockt. Denn auf den Spot zu pushen, wo der gegnerische Sentinel wie Killjoy oder Cypher sein Setup aufgebaut hat, ist meistens deutlich schwieriger als den Spot, wo vielleicht nur ein Duelist steht. Um rauszufinden, wo wer spielt, könnt ihr einerseits natürlich leise und sicher vor allem vorrücken und ein paar Jiggle Peaks oder Jump Peaks machen, sodass die Gegner euch nicht treffen können, ihr jedoch seht, wer dort steht. Andererseits bietet es sich an, was natürlich auch deutlich sicherer ist, mit den Fähigkeiten von euren Initiatern das Ganze rauszufinden, wie mit einem K.O. Knife. Der Pfeil oder die Drohne von Sova. Oder auch eine Skyflash oder ein Fadeauge. Habt ihr Informationen darüber gesammelt, wer wo bei den Gegnern spielt, könnt ihr euch als Team entscheiden, wo ihr hingehen wollt. Eventuell sind sogar auf einem Spot deutlich weniger Gegner als auf dem anderen. Kleiner Tipp, solltet ihr während der Runde im Gegnerteam jemanden haben, der mit Abstand der Beste ist und verdammt viele Kills macht, versucht diesen einfach zu meiden. Wenn die gegnerische Rainer nach 5 Runden 20 Kills hat, geht einfach auf den anderen Spot, wo sie eben nicht steht. Und bevor ihr auf den Spot pusht, versucht ein bisschen die gegnerische Utility rauszulocken, indem ihr so tut, als würdet ihr jetzt angreifen wollen, wartet dann aber nochmal 10 bis 20 Sekunden. Bedeutet, wenn die Gegner eine Sage haben, versucht sie dazu zu bringen, die Slow-Ops zu werfen, damit dann, wenn ihr wirklich pusht, sie keine mehr hat. Utility rauskitzeln gehört eben auch dazu. Wenn ihr das alles gemacht habt und euer IGL den Call gibt, könnt ihr als Team also gemeinsam Side-Pushen. Wichtig hierbei ist, dass ihr miteinander kommuniziert und euren Teammates sagt, wo die Gegner stehen. Vor allem, wenn ihr sterbt, sagt, von wo ihr getötet wurdet, damit eure Teammates euch refranken können. Und bevor ihr den Spike plantet, müsst ihr immer vorher Side gesichert haben. Denn solange jemand am Planten ist, seid ihr faktisch einer weniger. Versucht also vorher mindestens einen Kill rauszuholen, damit ihr eben im Vorteil seid. Gleichzeitig solltet ihr dabei im Optimalfall von Runde zu Runde einen Lurker abgestellt haben. Denn in dem Moment, wo ihr committet und auf Side-pusht, werden die Gegner natürlich rotieren. Und euer Lurker sollte diese im Optimalfall dann überraschen und abfangen. Ich habe dafür auch einen komplett eigenen Guide gemacht, weil es als Lurker doch einige Sachen zu beachten gibt. Wichtig ist jedoch, dass der Lurker dem Team dann wieder joinet und euch beim After-Plant unterstützt. Den After-Plant sauber auszuspielen, ist nämlich genauso wichtig, wie der erfolgreiche Push auf Side. Ich hatte zu diesem Thema auch schon mal einen Guide gemacht, bei dem es darum ging, um den Spike zu spielen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, empfehle ich es euch dringend, das nachzuholen. Oftmals fangen die Angreifer leider nämlich an, nachdem sie den Spike geplantet haben, weiter zu pushen, mehr Kills zu holen und greedy zu werden. Dabei vergessen sie jedoch, dass sie die Runde doch schon gewinnen, wenn doch nur der Spike explodiert. Bedeutet, im After-Plant geht es nicht mehr darum, anzugreifen, sondern tatsächlich den Spike zu verteidigen. Das könnt ihr machen, indem ihr eure Nanos-Forms auf dem Spike platziert, ihr mit Lineups spielt, auf Contact spielt, Crossfire spielt, wartet bis die Gegner defusen und dann piekt oder falls verfügbar sogar eure Ultimate nutzt, sobald ihr den Piep-Sound vom Spike hört. Denn dadurch, dass man sieben Sekunden braucht zum defusen, hat der Gegner gerade mal 38 Sekunden Zeit, um den Spike zu defusen. Behalte das also im Hinterkopf. Das ist also der klassische Aufbau im Angriff. Und nun könnt ihr natürlich auch von Runde zu Runde auch auf die Gegner reagieren, vor allem durch euren Default, weshalb der Default auch so wichtig ist. Denn wenn ihr beim Pushen bemerkt, dass die Gegner schon rotiert sind, dann könnt ihr natürlich auch einfach wieder umdrehen und zu eurem Lurker laufen, der währenddessen hoffentlich auf der komplett anderen Seite der Map aufs Side gelaufen ist, da dort keiner mehr ist, um dann dort zu planten. Man spricht dabei auch gerne mal vom Over-Rotaten. Das heißt, die Gegner rotieren zu früh auf den Spot, wo sie den ersten Gegner sehen. Bedeutet, wenn ihr das merkt, dass die Gegner Over-Rotaten, könnt ihr also gerne auch mal eine Side absichtlich faken. Also nur so tun, als würdet ihr auf den Punkt pushen, während der Spike mit 1-2 Spielern auf der komplett anderen Seite der Map ist. Falls ihr euch dazu auch mal ein Video anschauen wollt, kann ich euch nur die Gameplays empfehlen, bei denen wir vor allem mit Team Twist gespielt haben, da wir dort einfach koordiniert und strategisch angegriffen haben. Ansonsten folgt nächste Woche dann auch schon der Guide zum Verteidigen und darauf natürlich die ganzen Map-Guides, wie man auf den verschiedenen Maps spezifisch angreift und verteidigt, welche Strategien es gibt, was zu beachten ist und vieles, vieles mehr. Abonniert also gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, um das nicht zu verpassen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!